Hörst du das? Das kann nicht sein. Das Messer ist stumpf. Das dritte von links. Alles gut. Ich habe es heute Morgen kontrolliert. Hörst du das? Das Messer ist stumpf? Ja. Ja, das dritte von links. Ja. Oh. In jeder Packung steckt Leidenschaft und Erfahrung von über 60 Jahren. Vielen Dank. Vielen Dank.